Hallo und herzlich willkommen hier bei dem Erla ersten Gewinnspiel von 3Z. Ja, ich werde jetzt hier mit diesem Ball jonglieren und ihr müsst erraten, wie oft ich es schaffe, den Ball oben zu halten. Ihr seht jetzt die ersten 10 bis 11 Berührungen und weitere Infos gibt es am Ende des Videos. So, und damit habt ihr gesehen, wie aus Zawa Zocker Zawa Zocker wird, so wie man es in Amerika sagen würde, in den USA, bei der MLS. Ja, und um bei dem Gewinnspiel zu gewinnen, müsst ihr jetzt nur hier unten in die Kommentare schreiben, wie oft ich wohl jonglieren kann in diesem Video. Also, was meint ihr? Wie oft habe ich den Ball berührt? Also, wie viele Berührungen waren es? Ihr habt ja gesehen, wie die Berührungen gezählt wurden, also schreibt eure geschätzte Antwort hier unten in die Kommentare und derjenige, der am nächsten dran ist, gewinnt. Und sollte es zu einem Gleichstand kommen, dann werde ich sehen, was ich damit mache, ansonsten kann ich auch gerne gegen zwei Gewinner spielen. Also, wir sehen uns bei der Auflösung dann in ein bis zwei Tagen. Hier unten geht es noch zu unseren Livestreams und unseren anderen Specials. Viel Spaß beim Gucken und wir sehen uns bei der Auflösung des Gewinnspiels.